Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Gameplay und heute war Black Ops 2. Na, ich hab das zu früh gemacht. Na, mein Kollege schreibt auch schon wieder durch die Hölle und... Ja, Mama schickt er mir eine Nachricht! Aaaaaaah! Ich drück mal auf Spielstart und es ging mir noch einen Bäcker, Schweinschmacht, der von mir will. Ich geh mal auf die Nachricht und mach nichts, was sie wollen! Aaaaaaah! Der schreibt mir doch ohne Scheißen! Aaaaaaah! Green One! Das wörtliche Hals! Aaaaaaah! Darauf hast du nicht ein Haar hingemacht, Mann! Aaaaaaah! Ähm... Das Haar... Naja... Kapitän Sliverkling ist wieder am Start mit... schwarzen Bildschirm... Aaaaaaah! Verarschen, Alter, was muss ich machen? Oh! Ja, stimmt! Ich kann nicht nur Verblöcke! Ja, ich mach ihn! Meine Waffe! Wuhh, ich töte mich! Woho! Mein Gott, ich finde die dumme Kissen nicht! Heute machen wir mit RedBerry RP und... Der war Stray Killer unterwegs und der Dorf Hilde unterwegs. Also nicht von der Lapp ist cool! 1, 2, 1, 2, 1! Oh! Das ist eine Waffe! Ja, aber ich schau... Hey, Alter! Ja, das ist ein Waffe! Wir sind... Wir sind... Wir sind arbeitslos! Wir sind arbeitslos! Instakill! Jetzt haben wir von dir, Mann! Das ist Instakill! Ja... Habe ich von Instakill gehört? Ja... Oh, wie in der Wind! Leute, Leute, wie nice, Mann! Ja, bitte, Bock! Boah, das verreckt ja schon echt höher, ja? Verlangbar! Ja, ich hab vergessen hier mein Knife! Maximale Munition! Also, die Zombies sind härter, ne? Ja, man, die sind voll hart und wett! Da neben mir ist schön! Ich bin der Kind der Tanker! Zombies, Zombies! Zombies, Zombies! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Die erste Runde hab ich übertragen! Die erste Runde, weil die so schwul ist! Alter! Die erste Runde ist so schwul, Mann, im BO2-Online. Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Oh, ich bin Kondi! Ey, ich höre deine Mutter rein! Ich will mal! Alter! Oh, ich hab ihn mal gesehen! Zweimal Kabumm! Oh, mein Gott! Kabumm! Verpiss dich doch mal vor der Kiste, Alter! Kann doch noch mal! Ich will ernst bleiben, ne? Ja, ne! Ernsthaft! Lutscher-Maschine! Die Luft-Maschine! Genau! Wie gemacht bin ich! Ja, er hat keine Freunde, der sind Sniper! Ich hab keine Freunde, deshalb hab ich den Sniper als Freunde! Ja, möglich! Ja, möglich! Der weiß ich! Oh, ich hatte mal lang! Na ja, okay! Hat dein Ding da rein? Das ist die wichtigste Frage! Ja! 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 Hä, ja! Maximale Munition! Was? Munition denn das? Mein Gott, was red ich? Munition, ey, Tante! Tante, Mann, oder ne Rante. Oder meine Tante. Oh ja, die Alien-Bampe! Ich weiß nicht, wie sie ein... Der Blaster da! Rayguns, sag ich ja! Fein, 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 fein! Und ich bin fennig! Ich bin kein Alien! Äh, Alien! Alien! Maximale Munition! Oh, der ist der Kling. Oh, shit! Oh, shit! Alles mein! Nora! Boah! 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 Warum ist die Banane gekommen? Oh nein! Einer ist weg! Der Juden ist weg! Juden ist weg! Ich bin keinem aus! Oh, so ein geiles Leute! Nein, er ist rausgeschlossen! Natürlich! Ich bin keinem aus! Einer ist weg! Ja! Das heißt, einer weniger, der was vor der Mitte rühren! Geht's denn ab! Alles wein! Oh, scheiße! Kannst du ab! Nein, geht nicht! Oh, shit! Helft mir! Meine Beine funktionieren nicht mehr! Oh, ich bin ihr arm! Oh, ich bin ihr arm! Oh, ich bin ihr arm! Wir helfen nicht! Arm, wir sind da! Er lebt! Er lebt! Oh, schade! Das ist immerhin... Yeah! Er lebt! Oh, krass! Geil! Oh, oh, irgendwie so! Boom! Yeah! Ja! Das ist voller Arme! Boom! Wow! Boom! Wow! Oh! Was ist das? Ich möchte die Zomme nicht so freundlich wie sie ausschauen! Hallo! Ach, schön! Sag einfach ja! Oh, sag, Boss! Kannst du noch ein Reaktion machen! Oh, shit! Hörst mir! Hörst mir! Hörst mir! Oh! Geht's hier rum! Oh! Oh, shit! Oh, 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 oh! Ich überlebe sie noch wieder! Ich kann man sie frei! Ich schicke einfach rüber! Da ist kein Mensch weit und frei! Oh! Oh, mein Gott, ich bin tot! Nein! Ich bin der Einzige überlebt! Das ist schlecht! Nee! Moment! Einen kleinen Moment bitte! Ihr Anruf ist uns wichtig! Bitte rufen wir uns noch mal später an! Die werden gleich deine Mitarbeiter weitergeleiten! Oh, shit! Hab ich dich nicht wieder belöscht? Nein! Ich glaube! Eine extra Behandlung oder was? Fuck! Nein! Und ich bin hin! Mein Gott! Sie sind alle! Wo seid ihr alle? Ich bin hingefallen! Ich bin hingefallen! Komm nicht mal auf! Helft mir! Bitte! Ihr wollt nicht ohne! Mein Leben ist ohne! Ah, ihr wurde abgestochen! Ah, das Ding hat... Das Ding hat Strahlenkanone! Die Strahlenkanone! Ja, aber... Er geht sich! Hier ist die Sperlmatrone! ARoaah! Warum?! Halt das was zu scharf! Danke welches Arschlüschen! Hey, Leute! Ach, du wirst es noch holen! Oh! 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 Einer holt mich schon! Ja, ich hol den! Ich hol den! Ja, ja! Ich mach's nicht... Oh, shit! Okay, das Frank erkennt ich schon ein bisschen! Was denn nur ich? Es ist halt. Dann keine Grenze. Ich habe auch die Strahl-Tangeln. Ich habe auch die Strahl-Tangeln gemacht. Junge! Scheiße! 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 Eine Warte-Pistole ist garantiert, dass er nicht Strahl-Tangeln hat. Ja, da gibt's hier. Ich habe die Sterne-Bahn. Ich schieke, tut einfach. Ja. Ja, ich bin schon wieder tot. Oh, pass auf! Pass auf! Nein! 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 Scheiße! Oh, Gott, man! Ich bin in der Ecke gespielt, man! Ja! Wir wissen, ob wir so meine waren. Hör dich doch alle fahren. Hör dich doch alle fahren. Ich bin auch schon! Ich, ich, ich! Komm schon! Wir schaffen das! Wir sind ein geiles Team! Das könnte wirklich nicht... Wir können... Das könnte immer nicht nehmen. Das könnte immer nicht nehmen. Ja! 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 Boah, ich hab doch gerade meine Smele abgedreht. Ja! Alter! Wir brauchen einen Schreiner! 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 Hier! O-K-der! Ich steh einmal ne Ecke-gonne! Ach! Achtung! Greit Zombie! Hey, ja! Hey! Warum fängst ich die die ganz normalen? Oh, was der Blöden! Wies der Pirnehalle... ... wir werden die andere ließen. Oh! Ok! Ich... Such mir ne andere Sache. Hallo! Oh Gott! Noch mal auf! So viele Menschen! Wir haben 10 Runds überlegt! Nein! Motherfucking 10 Runds! Ich bin 8 mal gestorben! Oh shit! Das war's wieder von uns! Hallo! Oh man, deine Stimme ist unbetreifbar! Unbetreifbar hässlich! Ja, wir sind aber... Ja, wir sind aber... Hä? Ich hab in meinem ganzen Stimme... 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 Einmal meine Freunde, wir sind aber wieder weg! Ja meine Freunde, ich wollte auch was dazu sagen... Bevor ich den Abgang mache... Ich wollte nur mal sagen... Das war wieder ein lustiges Video von... Call of Duty Black Upset Zombie Mode... Das war irgendwie von nicht dich... Einer geht noch! Einer geht noch! Einer geht noch! Stop! Schnauze! Bitte! Zur Information... Aus dem Regenfall... Es ist jetzt ein Spiel-Roached angekommen... Am 13. November... Und wir werden uns anschauen... zu der Karibik mit Edward Ken by... Und dann... zu der Arctis zu... Jay Patrick Kornman... Und ja, ich hoffe es hat euch gefallen... Wir freuen uns alle auf eure Abonnenten... Auf eure positive Bewertungen und Kommentare... Und wenn ihr dabei sein wollt... Einfach mal kommentieren... Und ja, natürlich auf Xbox 360... Haut rein Leute! Und Servus meine Freunde! Das war's, was beim Kompetieren selber klingt! Servus! Ciao!